für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gelingt, hängt auch und nicht zuletzt von dem gesellschaftlichen Klima ab. Und dieses Klima ist gerade im Begriff zu kippen. Und das liegt nicht nur an der großen Zahl von Flüchtlingen, die jetzt zu uns gekommen sind. Das hat vor allen Dingen und in erster Linie damit zu tun, dass die Menschen das Gefühl haben, dass der Politik dieses Problem vollständig entlitten ist. Und dafür trägt diese Bundesregierung die Verantwortung. Herr Schieberling, wenn Sie hier angesichts des Chaos, das Sie in den letzten Wochen produziert haben, von einer ordnenden Hand sprechen, dann kann das doch nur Selbstironie sein. Sie produzieren hier ein Chaos. Und dieses Chaos zahlt bei der AfD ein. Bei einer Aufgabe dieser Dimension braucht es eine Regierung, die eine klare Haltung hat, die Zuversicht ausstrahlt, die die Chancen betont. Und meine Damen und Herren, die Flüchtlinge sind wirklich eine riesige Chance für dieses Land. Ich will aber betonen, das ist natürlich kein Selbstläufer. Wenn wir die Fehler der Gastarbeiterpolitik aus den 60er-Jahren wiederholen und versuchen, die Menschen so schnell wie möglich, wie Herr de Maizière das gerade tut, wieder loszuwerden, dann kann Integration natürlich nicht gelingen. Wir müssen die Chancen nutzen. Aber dafür müssen wir natürlich in die Talente und in die Potenziale der Menschen auch investieren. Wir müssen rechtliche und bürokratische Hürden abbauen. Herr Schiewerling, Sie haben darauf hingewiesen, die Hälfte aller Flüchtlinge ist unter 25 Jahren. Die sind hoch motiviert. Die wollen dringend eine Ausbildung abschließen. Und viele von Ihnen haben bereits einen Ausbildungsplatz. Was Sie nicht haben, ist eine sichere Bleibeperspektive. Betriebe und Flüchtlinge müssen jedes Jahr eine Abschiebung befürchten. Was glauben Sie, welche Betriebe sollen das mitmachen? Was glauben Sie, welche Belastung lasten Sie diesen jungen Menschen aus? Und erklären Sie mir bitte mal eins. Wieso gilt diese geringe Duldung auch nur für Flüchtlinge unter 21 Jahren oder bis 21 Jahren? Nur mal zum Vergleich. Von den deutschen Auszubildenden beginnen fast 30 Prozent ihrer Ausbildung im Alter von über 21 Jahren. Wieso darf das nicht für Flüchtlinge gelten? Haben wir jetzt einen Frachtkraftmangel? Müssen wir mehr junge Menschen ausbilden oder nicht? Also von einer offensiven Integrationspolitik sind Sie wirklich weit entfernt. Eine weitere bürokratische Hürde will ich ansprechen. Die Vorrangprüfung, die wir ja Herrn Gabriel, wie ich höre, zu verdanken haben. Die wird ja immer damit begründet, dass Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose nicht das Gefühl bekommen sollen, dass sie jetzt wegen der Flüchtlinge abgehängt werden. Und glauben Sie mir, diese Befürchtung und diese Sorge nehme ich wirklich sehr, sehr ernst. Nur eines ist doch klar. Chancen eröffnen Sie für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose. Doch indem Sie in diese Menschen investieren, in Ihre Qualifikationen investieren, doch nicht durch eine Vorrangprüfung. Durch die Vorrangprüfung schaffen Sie einfach noch eine weitere Gruppe, die Sie abhängen. Das bringt gar nichts. Meine Damen und Herren, ungerechtfertigterweise läuft meine Zeit hier am Pult schon wieder ab. Was es dieser Welt ist, diese Welt ist nicht gerecht. Lassen Sie mich deswegen zum Schluss kommen und nochmal Marcel Fratscher vom DFW zitieren. Die offene und für andere Menschen andere Kulturen und andere Ideen war und ist ein wirtschaftlicher Erfolg unseres Landes. Es sind gerade die Regionen mit den höchsten Anteilen an Menschen mit Migrationshintergrund, die das höchste Einkommen und den höchsten Wohlstand haben. Wissen Sie, was das größte Problem in diesem Lande ist? Dass diese Bundesregierung genau diese Offenheit für neue Kulturen, neue Ideen, andere Menschen eben nicht hat. Und damit verspielen Sie eine riesige, eine historische Chance für unser Land. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.